Sie haben das Chaos auf den Straßen gesehen. Wir müssen ein Exempel statuieren oder Frankreich wird fallen. Ich versprach Ihnen enorme Erfolge. Wie ist Ihr Name? Napoleon. Ich habe uns zum Sieg in Toulon geführt. Hat sich der Lauf meines Lebens gerade geändert? Ich bin zu groß und bestimmt, aber die Mächtigen betrachten mich nur als ein Schwert. Ich schlage vor, dass Sie den Thron besteigen, als König. Wollen wir abstimmen? Das ist deine Falle! Ich bin der Erste, der es zugibt, wenn er einen Fehler macht. Aber ich mache einfach keine. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste.